Und Zeit für uns gefunden hat jetzt Herr Dr. Kirsch, Abteilungsleiter der Abteilung Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen. Herr Dr. Kirsch, können Sie mal ganz kurz umreißen, was ist überhaupt passiert? Ja, wir wurden am Mittwoch darüber informiert, dass es zu zahlreichen Brechdurchfällen in verschiedenen Einrichtungen gekommen war. Was waren das ganz konkret für Einrichtungen und wer war auch betroffen? Wer waren die betroffenen Personen? Also diese Einrichtungen, das waren Schulen und Kindergärten und betroffen waren demzufolge Kinder und Jugendliche, aber auch teilweise Lehrer und Erzieherinnen. Was wurde bisher von Ihrer Seite aus unternommen, um herauszufinden, was da passiert ist? Also wir haben zunächst den Caterer aufgesucht, der die Mittagsverpflegung dort gemacht hat und haben dort Proben genommen von diesem fraglichen Mittagessen und haben diese Proben ans Landesuntersuchungsamt nach Koblenz zur Untersuchung geschickt. Wurde weiterhin etwas unternommen im Caterer-Unternehmen selbst? Was wurde da gemacht? Ja, was man noch dazu sagen muss, unser Gesundheitsamt hat seinerseits entsprechende Stuhlproben bei den Mitarbeitern des Unternehmens angefordert, die eben auch untersucht werden, denn auch da besteht ja auch die Möglichkeit, dass über die Mitarbeiter während des Zubereitungsprozesses mögliche Keime in das Essen gelangen können. Haben wir schon Theorien, wie es zu so etwas kommen kann, zu so Erkrankungen im großen Rahmen oder müssen wir da abwarten, was am Montag rauskommt? Ja, wir tappen da leider bislang noch im Dunkeln, es ist nicht klar. Wir müssen abwarten, was die Lebensmittelproben ergeben und auch die Stuhlprobenuntersuchung. So lange müssen wir uns gedulden. Alles klar, vielen Dank.